Ja, es gibt doch Menschen, die können auch anders, weil sie was Besonderes sind. In mein Leben bin ich an einen Punkt angekommen, welche Richtung wir genommen, wie kann ich den Stress entkommen, 8 Stunden arbeiten, reichen nicht, nein. Um mich wirklich von Problemen fernzuhalten, die mich in mein Leben ständig wieder auffalten, es fängt an mit der Belastung, sie ist tief in meinem Kopf und dieser nur am Schmerzen und mein Herz ist bocht. Noch ein Jahr länger und es explodiert, mein ganzer Körper dann zu Eis gefriert, das will ich verhindern, keiner kann mich daran hindern, ich glaube ich verschwinde einfach mal. Wenn ich weg bin, bin ich weg, aber erstmal warte ich noch ab, was aus meiner Verhandlung am 16.11. wird, was der Richter mir wohl sagt, gibt er mir noch eine Chance oder gehe ich knapp. Mach mal für drei Jahre ab, hoffe mir ab, solange noch nichts ist, schille ich mit Bruder Simon. Die letzten deute Züge an dem Mikrofon gehen von der Nacht in den Tag und vom Tag in die Nacht, einfach 24 Stunden, das was man alles schafft. Denn ich habe noch viel Kraft, aus der letzten Haber mitgebracht, dort gab es auch immer nur Ärger, das was mich nicht tötet, härtet nur noch mehr ab. Und mach mich stärker, mache für Randalle, hänge die letzte Zeit im Studio vor dem Mikro ab, denn das ist was ich kann. Musik machen, schreiben, rappen, Mikrofon, dafür lebe ich, das ist ein Teil von mir, nichts kann mich daran hindern, meine Musik zu beenden oder weiter zu machen. Ich werde immer in Freiheit bleiben und auf euch, Resthater, werde ich kacke. Genau, und auch zu dir, ihr müsst mich erst einmal die Katze an, mich zu verhaften. Ha, 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 wo bin ich denn? Findest du mich unbekannt, unbekannt, immer durch die Nacht? Keiner erkennt mich, wenn jeder normalen Mensch schläft, keiner, dann kennt mich. Beginnt meine Schlacht, keiner erkennt mich. Keiner erkennt mich. Gewinnen oder verlieren, verbrennen oder erfrieren, muskieren, kapitulieren, disziplinieren oder krepieren. Gewinnen oder verlieren, verbrennen oder erfrieren, muskieren, kapitulieren, disziplinieren oder krepieren. Klige die Klack, meine Waffe regelt das, falsche Einstellung, fickst du mit den Falschen, hast verkackt, was das? Für ein ungerechtes Leben und System, glücklich zu leben, wird deswegen zum Problem. Fast nur noch Lügen, man fällt darauf rein, jeder denkt nur an sich selber, auch zu zweit ist man allein. Wieder soll ich schreien, knarrst rein, knarrst raus und dazu der Stress von einer gewissen Frau. Lange schon durchschaut, Fehler macht ihn schlau, aber meistens bleiben die Tage hier weiter nur grau. Jeder, mein Bruder, du weißt, du kannst auf mich bauen, keine Frage, denn wir wissen, man kann sich vertrauen. Jeder hat einen Traum, jeder hat ein Ziel, doch Träume platzen und die Ziele werden unerreichbar. Diese beiden machen ihr Ding weiter, jede Aufgabe, die dieses Leben stellt, wird gemeistert. Hast du Arbeit mehr als den halben Tag, wartest du im Prinzip nur noch auf die Reise in dein Grab. Hast du keine Stelle, bist du aufgeschmissen. Dem Start macht es nichts aus, hatte dich auf dem Gewissen. Liebe und Hass immer hin und her gerissen, am besten lebst du alleine, also drauf geschissen. Liebe und Hass immer hin und her gerissen, am besten lebst du alleine, also drauf geschissen. Gewinnen oder verlieren, verbrennen oder erfrieren, riskieren, kapitulieren, disziplinieren oder kapieren. Gevinnen oder verlieren, verbrennen oder erfrieren, riskieren, kapitulieren, disziplinieren oder krepieren.